Surah 95 Ettin Der Feigenbaum Offenbart zu Mekka 8 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Beim Feigenbaum und beim Ölbaum und beim Berge Sinai und bei dieser sicheren Ortschaft Mekka Wahrlich, wir haben den Menschen in bester Form erschaffen Als dann haben wir ihn in die niedrigste Tiefe zurückgebracht Ausgenommen davon sind diejenigen, die glauben und Gutes tun Ihnen wird ein unverkürzter Lohn zuteil sein Und was veranlasst dich hernach, die Religion zu leugnen? Ist nicht Allah der gerechteste Richter?